Und die Bewertung für die 463 7,7 ohne Abzug. Die 687 Sundance Dream, eine Stute, fünfjährig für euch, gezogen von Ludwig Kass, Mutter von Sion, gezogen von Githard Brunken, im Besitz von Uwe Scheel, vorgestellt von Johanna Hamlack. Leiter Verein, gern danke Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.